45 Sekunden. Was soll das? Jetzt sagt Pius 45 Sekunden. Was wollt ihr jetzt? Wollt ihr mit dem Streit haben oder was? Nö. Das verstehe ich da eigentlich ein. Bei der Kamera muss ich draufhalten, ich ärgere mich. Der Pius macht jetzt Time für Leon. War die nicht ganz dicht oder was? 30 Sekunden. Ich will meine Ruhe haben. Ich rede nicht so eine Scheiße, Pius. Du redest totale Scheiße. Das wäre eine ganz andere Situation auf 6 Minuten. Jetzt zum Schluss. Was willst du überhaupt? Unglaublich. Ich kann immer in Ruhe nachdenken. Und dann muss er mir noch runterziehen. 45, 30, 33. Reden nicht so viel Scheiße, man. Ehrlich. Wui. Rens ein bisschen. Wenn 2-3-Time-annonsiert wird, ich will dich ja gar nicht sehen. Ach so. Okay, das ist gut. Wenn er offensichtlich einen Hass hat, und über was nachzudenken hat, dann meckst du rum, aber wenn du eh foulen musst, aber 3 Minuten dafür brauchst, das ist super oder was? Unglaublich. Ja, genau. Das ist unglaublich. Du hast vollkommen recht, dass das unglaublich ist. Deine Wahrnehmung ist unglaublich. Ja, alles klar. Nach 6 Minuten, wo er das offen schon voll ist, habe ich noch gesagt. Er hat es nicht offen voll, er hat es hergezeigt. Das kann er ja machen, wenn er ein All-In zu fallen hat. Ich habe alles richtig gemacht. Pius, bleib erst mal so lange im Poker-Business wie ich, dann rede mit mir, okay? Alles klar. Du bist ein kleiner, verzogener Bengel bist du. Und noch gewonnen. Alles richtig gemacht und noch gewonnen. Genau. Und fast da. Ja. Ja. Ja.